hallo herzlich willkommen zu einer weiteren runde pioneers auf pagonia jetzt mit werwölfen ich bin begeistert das wird wild so wollen dass wir los da ist eine weiße fahne hier sind die wachen tot waren die leute weg aber wegen diesem bieten der sich da irgendwie gütig getan hat an dinge baumaterial werk stein und nadelholzbalken fehlen ich meine in meiner blendheit vergessen irgendwie ein sägewerk zu bauen und das nicht aber ich habe nur eins ich müsste auch jetzt nicht mehr hier noch weiter kriegen soll also ganz nebenbei die dinge brauche ich hier auch platz nicht wenig ich will nicht mehr schuldigung ich drehe gerade so ein bisschen am rad ein klein wenig ich weiß gar nicht warum so alles gut und ein weiteres sägewerk sicher ist sicher oh mein gott ja das ist schwierig ganz schwierig soja die taverne ist akten bedrängnis hier wird aber zumindest schon ein bisschen ich gucke mir mal wir gucken uns einfach mal die windmühle an ist doch schön weil ich bin du das mal aus dann haben wir hier den genuss schlecht hin hier wird gerade korn gemahlen ja hier entsteht mehl das ist doch nett hier ist die welt noch in ordnung ja so ein bisschen bäuerliches flair wie auch immer da kommt gerade der frisch geerntete weizen an das ist doch herrlich ich bleibe ich bleibe jetzt hier werwürfe gemacht was du wolltest mir vollkommen schnurz ich gucke mir jetzt nur noch das hier an warum geht die bäckerei nicht fertiggestellt was ist da los ach es fehlt an zement der wird aber produziert der wird produziert das kann sich nur noch um 10.000 jahre halten ist die fälliges handeln ich rede schon wieder vollkommenen murks so waffenschmiede ist auch stark im bedrängnis hier hier läuft nichts so ist zum schmiedes im bau eisentagebau und im bau ist alles im bau werkzeug spiele schmelz hütte wunderbar oh mein gott ja nächster auftrag wieder dann seien irgendwie 10.000 wachtürme zu bauen mit entsprechenden personal und die hinsetzen soll kein plan kein plan wir könnten wir könnten hier so ein bisschen was machen und hat ja wahrscheinlich auch erforderlich in die richtung komme ich nur sehr bedingt aus gründen hier wäre eventuell was machbar und zumindest so von der fläche her ob sich da tatsächlich was bauen lässt von den wegen her die dann angebunden werden müssen ganz zu schweigen kein plan und wir müssen unbedingt die wehrwölfe loswerden dann bräuchte ich silber für und wir brauchen ziele waldläufe dafür die ich noch nicht habe ich weiß nicht woher nehmen wenn ich stehlen moment ja es ist wir bräuchten wahrscheinlich auch irgendwie eine handelsverbindung oder sowas wurden art entdeckt irgendwo dahinten wurde entdeckt da soll der hirschstatter von kaiten steht der trostasen wenn ich jetzt lieber soja ok wir müssen auch noch irgendwie handelsbeziehungen aufbauen ich habe noch nicht ein lager gebaut weil ich auch nicht weiß wie in schatzkammer und so weiter handelsposten kriege ich hier dann würde ich theoretische hingesetzt handelsposten ich weiß nur nicht bekomme da ist nämlich alles dicht ich mache das war nur das war nur noch mal gucken wir wollen nur mal gucken was ist jetzt hier los der ist irgendwie voll oder was keine ahnung werkzeug schmiede wird naja cool werkzeug wie sieht's mit werkzeugen aus damals so fünf äxte vielleicht in den fall des falles und sägen hier auch mal so fünf ich da das sind zangen 2 2 2 so rucksäcke ist eine andere baustelle die werden hier hergestellt habe ich hier rucksäcke ich habe leichte rüstungen denn noch wenigstens zehn vielleicht noch mal 20 und mal so fünf oder zehn rucksäcke erst mal so auf gedacht so hier rennen schon wieder leute wild durch die gegend was von allen möglichen ecken angegriffen werden das ist der 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 dingsbums der tatbarkeit das ist irgendwie mysteriöser ort wo ich mal irgendwann hin muss wenn ich da jeweils hinkomme so irgendwo sind liebe irgendwo sind banditen und wir haben ganz viele und es sind mehrere geworden oder mehr geworden aus gründen ich weiß nicht wie das ding hier los kriegen soll so werwolf in der monschlucht eigenschaften beißt besiegte gegner beißt zivilisten gewissene agonierer verwandeln sich in wer wird sobald sie die monschlucht erreichen ja das dürfte irgendwann mal passieren früher oder später kampfstärke steht da was von sechs ich immer stark davon aus wir brauchen brauchen wir brauchen auch mal soldaten mit silberdegen oder brauchen wir irgendwelche moment um die konzentration augenblick mal irgendwo hier eine abenteuer gilde mehr oder weniger ausverzweiflung hochgezogen da waren wachtturm wo sind die abenteuer moment um jetzt schon durch und expedition entdeckens wir haben militärkämpflicht das ist mittlerweile irgendwo hingesetzt sehr cool ach so keine fault nichts numerous die akademie das brauchen wir uns was nimmst ich setze ich dann mal hier hin wege 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 so das moment haben wir dann schon mal es ist ein schild ja im moment also was wir machen können im augenblick sind waldläufer furchtlose abenteuer unübertroffen darin diebe zu enttarnen uns bekämpfen kampfstärke 4 da komme ich nicht weit mit geschickter waldläufer furchtlose abenteuer brauchen schon eine magische das wird schon schwierig draufgänger furchtlose abenteuer ausgezeichnet im kampf gegen wehrwölfe die brauchen wir und der brauchen sie aber auch silberdegen und leichte rüstung das immerhin silberdegen und leichte rüstung das gegen wir definitiv in eisen tage da wird schon eifig eisen abgebaut hier müsste auch irgendwo ein bruch der silberdegen bau da wird eifig silber abgebaut ich brauche silberdegen wenn der irgendwann mal dane und so dann müsste noch eine weitere existieren genau schnellst du machst eisen ich brauche mit sicherheit noch wenigstens eine weitere schmelzüte kriege ich hier noch irgendwo die sich erhältnismäßig gesehen so dumas eisen eine weitere schmelzüte so osthaus ich mach den mal da so hin den pinorik ich lasse immer so ganz vorsichtig mit augen wieder seine arbeit gemacht dass wir hier so ein bisschen holz anbaut und alles andere muss ich gucken wie ich das am besten wirklich ok die beiden sachen hätte ich jetzt noch in auftrag gegeben wir haben eine militär akademie also noch nicht aber im bau befindlich wir haben eine weitere schmelzüte wir haben sehr untriebige wehrwölfe wir brauchen wenigstens 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 einen wachtturm hier noch in der ecke so da will ich habe die ich kann das alles aus so die 10 stück davon leichte rüstung habe ich aber ich habe noch keine silber gegen ich werde ich werde mit 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 10 werde ich nichthin kommen auf keinen fall die sind da so 20 oder 30 oder weiß ich wie viel. Ich brauche noch wenigstens einen weiteren Wachtturm hier irgendwie in die Ecke. Den kriege ich aber nicht hin. Das hier mit? Gebaut bekomme ich den. Also hingesetzt bekomme ich den. Kriege ich den auch gebaut. Insofern, dass ich da halt einen Weg irgendwie hinkriege. Okay. Das gleiche. Theater. Ich hab hier auch mal alles ausgenommen, um da entsprechende Übersicht zu haben. Auch ein Traufgänger, auch ein Silberdegen. Die Wehrwölfe sind irgendwo. Wo war denn jetzt? Da oben. 80, nicht? Im Moment. Augenblick. Da müsste ich da eigentlich hinsetzen. Krummel. Warte, 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 warte. Nee, 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 nee. Komm, hier, erst mal den weg. Sorry dafür. Ähm. die sind da orientierung da habe ich den wachtturm da sind das geht noch ist nicht optimal aber das geht moment dann muss ich den hier irgendwo in augen gott ich bin wirklich ich bin die wege sind nicht so lang das hätte irgendwie eine rolle spielt diese scheiße verstehe ja was hier postungsschmiede aus also die hat überhaupt nichts zu tun da kann ich schon mal hingehen erst mal ganz vorsichtig den schon mal machen die waffenschmiede silber gegen so wenn das dann irgendwann mal spielte ein spiel habe ich nur die eine ich habe nur die eine ich brauche noch eine weitere waffenschmiede warte es hat kunstspieler erst mal unwichtig waffenschmiede irgendwo noch eine waffenschmiede hin so irgendwie nicht braucht auch waffenschmieden ohne ende zum spiel war rüstungsschmieden bräuchte ich eigentlich auch ohne ende ich kriege hier noch eine weitere waffenschmiede hinansetzt ja auch dahin für die ob moment umliegt kein schnellschuss ich brauche hier ein handelszentrum handels posten würde ich das würde dieses jenes welches würde ich ganz gerne hinsetzen an die grenze wie es geht so und jetzt kann ich hingehen und sagen wo war es denn jetzt rüstungsschmiede die würde ich auch hier so hinbekommen umdrund oder gerade da so hier geht es leider nicht ich muss erstmal ich muss erst mit dem weg möglichst nah an den bäumen entlang ja okay und jetzt kann ich überlegen dann kriege ich da eine waffenschmiede hin beispielsweise spät oder nicht mehr ich irgendwo noch eine wüstungsschmiede hin hier geht auch gar nichts theoretisch würde ich hier eine hinkriegen theoretisch es ist alles nicht sehr optimal das ist alles nicht so wie ich mir das für eine schöne für ein schönes dorf eine schöne siegung wie auch immer wünschen würde ja so schön und toll ist anders aber es ist wie es ist so ok selbst dafür mehr leute ganz normale wachen und sperre 20 von den leuten dann holz späre und späre wo ist denn wo habe ich denn während machen ein aus ich sehe es wieder nicht das ist nicht richtig werkzeug schmiede bilder aus polzwerk stadt und bis ach da unten so wäre so ich glaube ich noch ein paar ist jetzt ein bisschen sehr tief und wahrscheinlich muss ich auch schon wieder die ganze zeit die wild mit meiner aufnahme im umblick nicht zeitmäßig wie sieht es aus ja ja die zeit auch noch wie immer etwas wurde gestell einheit banditen wehrwürfe banditen es geht nur in diese richtung im augenblick die wehrwürfe machen uns hier das leben schwer da sind die banditen gar nichts gegen so wir müssen natürlich jetzt hier erst mal zusehen dass wir hier unsere einheiten entsprechend ausgerüstet bekommen die entsprechenden waffen werkzeuge wird auch immer entsprechend produziert werden in dem fall natürlich waffen es klemmt an allen ecken und enden es klemmt an allen ecken und enden abenteuer gilde sehe ich jetzt gerade wieder nicht ich suche nur noch nicht nur noch die einheit durch waffenschmiede abenteuer gilde ist da oben so wie sieht es denn da aus ich habe immerhin keine magischen klingen leichte rüstung silber gegen habe ich immerhin vier zwei weitere sind in planung so dann geht man direkt auf 15 grad 15 fertig liegen davor ja es wird es wird heftig es wird heftig und das wird auch noch wohl schon eine ganze weile so heftig dann weitergehen wir müssen zusehen dass wir die wehrwürfe relativ schnell loswerden ob uns das in einem ersten anlauf gelingen wird überhaupt irgendwie gelingen wird keine ahnung wir werden es erleben ab einer der nächsten folgen ist ein danke ich erst einmal für eure begleiten bisher hin für eure unterstützung auch für deine unterstützung und für dein begleiten vielen lieben dank wir sehen uns dann in der nächsten folge hoffentlich wieder bis dahin wünsche euch immer alles alles gute und genießt die zeit